Willkommen bei Avista Oil, wo Nachhaltigkeit auf Innovation trifft. Ich habe meine eigene Ausbildung auch bei Avista gemacht und habe mich damals dafür entschieden, weil Avista der größte Arbeitgeber in der Gemeinde ist. Und trotz der Größe des Unternehmens ist man hier keine Nummer, sondern man arbeitet in einem familiären Umfeld. Weil hier ist es ganz schön. Und dadurch, dass Avista eine sehr nachhaltige Firma ist, ich habe da eigentlich relativ schnell für mich gemerkt, dass das passt. Wie dass wir als Azubis sehr vieles mitgestalten dürfen, beispielsweise auf Messen oder Veranstaltungen teilhaben dürfen und diese dann auch eigenständig mit planen. Immer die ganzen Azubifahrten, die man hier gemacht hat, weil dadurch ist man immer mehr zusammengekommen. Man hat sich auch besser verstanden. Man muss kurz nachdenken. Und was dann auch ganz cool war, war die Tatsache, dass wir so ein Patensystem haben. Das heißt, der ältere Azubi nimmt den jüngeren Azubi so ein bisschen mit an die Hand. Ich würde jedem, der auch eine Ausbildung bei Avista beginnen möchte, raten. Will ich dem raten. Will ich dem raten. Wenn du aktiv an einer nachhaltigen Zukunft mitwirken möchtest und eine Ausbildung suchst, die Spaß macht, dann wirb dich jetzt und werd Teil von Avista. Wir sehen uns bei Avista. Wir sehen uns bei Avista. Aufista.